Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was soll das? Was ist das? Was ist das? Politik und Gaming, beides keine Themen für den Familientisch bei Opas 80sten. Aber oft scheint es so, als würde sich die Politik für Gaming und E-Sport genauso wenig interessieren, wie ich mich für die Insta-Stories von den Leuten aus meinem Abi-Jahrgang. Doch so kurz vor der Wahl ist das ein bisschen anders. Da hat selbst die CDU gesagt, wir machen uns erstmal beim Trier lächerlich und dann machen wir Deutschland zum Games-Standort Nummer 1. Und das steht sogar im eigenen 25-Punkte-Plan. Und wieder den Highscore geknackt. Na ihr Nerds, habt auch ihr Lust, von mir beim Zocken zerstört zu werden? Nein, Philipp, ich könnte mir nichts Unangenehmeres vorstellen als das. Und ich habe schon ohne Mikro Rank gespielt. Aber Deutschland ist ein Games-Land. Was die Spielenden angeht, sind wir hier bei uns Top 5 der Welt. Dafür kommen aber viel zu wenige Games aus Deutschland. Oder erkennt ihr nicht den familienfreundlichen Betten-Royale-Shooter Plush Bunnies Havoc Reloaded? Oh, ich habe den ersten Teil schon geliebt. Weil aber kaum jemand deutsche Games kennt, forderte der Spielverband Game schon 2017 zur letzten Wahl, wir wollen 100 Millionen. Und dann, 2019, der große Wurf. 250 Millionen für die nationale Games-Förderung. 50 Millionen pro Jahr. Kurz zum Vergleich, die Filmbranche, die kriegt im Jahr, wird geschätzt, über rund 450 Millionen Euro Förderungssumme. Aber das ist ja richtige Kunst. Laut Games-Wirtschaft sind seit 2020 bis August 2021 36 Millionen in 70 verschiedene Games aus Deutschland geflossen. Zumindest das. Und auch unsere Häschen von eben, die haben so 1,8 Millionen für ihren virtuellen Krieg erhalten. Doch der Start war natürlich schwierig. Alles ist super bürokratisch. Studios haben in den ersten Tagen ihre Bescheide abgegeben. Und dann locker ein halbes Jahr lang nichts gehört. Und wenn es eine Förderung gibt, wo kommt die dann her? Na, natürlich, logisch. Hey, aus dem Verkehrsministerium. Kleine Pixel-Autobahn. Wer kennt sie nicht? Und da sitzt Andi Scheuer, der Winnie-Pooh unter den Ministern. Huch, ich bin da irgendwie reingestäubert und, oh, hier gibt's ja viel Geld, viel Honig, sorry. Und Scheuer-Andi, ja, der liebt Großprojekte. Alles Gute. Keine Politik heute. Keine Reden. Wir haben aber Freunde mitgebracht. Und jetzt Partie. Ja, keine Politik, keine Reden. Vielleicht auch mal was für dich, Andi. Aber wir haben über Großprojekte geredet, Andi, und nicht Großraumdiscos. Drei Wodka-E für den Typ mit der Fettlocke, bitte. Danke. Also, halten wir fest. Deutschland ist Gaming-Land. Hat die Förderung aber viel zu spät hingekriegt. Dabei war doch schon die Altkanzlerin Merkel. 2017. Die war da sogar schon auf der Gamescom. Das ist die weltgrößte Gaming-Messe in Köln. Auf der Aftershow. Nein, Andi, Merkel hat 2017 die Gamescom eröffnet und die wahren Probleme angesprochen. Und mit 50 Megabit pro Sekunde kommt man wahrscheinlich noch nicht so weit, wie man eigentlich bei ihren Spielen sein soll. Und nichts ist dramatischer. Das kann ich gut verstehen, wenn man spielt. Und das geht nicht voran. Nicht, weil man nicht kann, sondern weil einfach die Daten nicht durch die Leitung kommen. Also das verstehe ich gut. Was Merkel da sehr kompliziert ausdrücken möchte, ist, Merkel hasst Lecks. Und wenn man doch nur irgendwas gegen mieses Internet machen könnte. Die Entwicklung ist schleppend. 2020 hatten knapp 14% aller deutschen Haushalte Glasfaseranschluss. Das ist wenig. Und 5G finde ich häufiger auf Querdenker-Schildern als im oberen Achtel meines Handybildschirms. Ihr wisst da, neben der Akku-Anzeige. Dabei braucht man Internet für gutes Zocken und für gute Entwicklung. Und das wusste 2017 sogar Merkel. Und den Punkt der Digitalisierung, den haben die regierenden Parteien komplett verpennt und ignoriert. Es sei denn, es ist Wahl. Denn jetzt will jeder Digitalisierung und so dann auch das Herz der Gamer gewinnen. Oh, war da was? Na, ihr Nerds? Na, du Nerds? Aber lasst uns zu meinem Lieblingsthema kommen. E-Sports. Da, wo es in Lobbys höherer zur Sache geht als im Wahlkampf. Und da hat die Große Koalition zuletzt was Nettes in den gemeinsamen E-Vertrag geschrieben. Wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an. Wir werden E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen. Oh, wie cool. Endlich mit Sniper Viper 13 und Michael Frexton im Vereinsheim vom TSV Dümpelbach-Pilz stürzen. Denn Breitensport kommt von Breit. Aber dieser nette Entwurf zur Anerkennung von E-Sport wurde 2019 direkt wieder abmoderiert. Und jetzt wird es komplizierter als die aktuelle Staffel Love Island mit all den Kappels. Oder soll ich sagen, nicht Kappels. Mit Doro Bär von der CSU gibt es eine große Games-Kämpferin. Aber die ist mad. Mich ärgert es bis heute maßlos, dass das Bundesinnenministerium für E-Sports zuständig ist. Weil dadurch tut sich nichts. Und das geht auch nicht. Also da braucht man einfach auch Leute, die die Themen nicht verwalten und wegdrücken, sondern die sie auch tatsächlich gestalten wollen. E-Sport unterliegt als Sport dem Innenministerium. Und Doris Partei war die Horst Seehofer. Der ist E-Sport-Minister. Aber der ist so alt, dass er eine ESL-Account von 2001 haben könnte. Aber nicht hat, weil er Gaming weder mag noch versteht. Und er überschiebt die Verantwortung woanders hin. Das nennt man dann Sportautonomie. Der Bund darf gar nicht im Urteil, was Sport ist. Das darf nur der Deutsche Olympische Sportbund, der DBSB. Und die sagen, nur Sport-Simulationen sind Sport. Und CSGO oder League of Legends, also E-Sport-Kerntitel, die eben nicht. Ja klar, darfst du hier eine Kneipe aufmachen. Aber dann nur Kölsch verkaufen und lass die Finger vom Schnaps, okay? Wenn es aber um Visa für einreisende Sportler geht, sind das Auswärtige Amt und das Arbeitsministerium schon lange tätig geworden und haben das Sportrecht rüberkopiert. Nice. Und da kommt Horst Seehofer sicherlich die Galle hoch. Wenn es aber um Gelder für den breiten Sport geht, muss die Abgabeordnung vom Finanzministerium überarbeitet werden. Hallo Herr Scholz, vielleicht hast du durch die Wirecard-Gedächtnislücken ein bisschen was für E-Sports über? Das wäre doch was. Also ihr merkt, beim Thema Gaming und E-Sport sind auf einmal Arbeits-, Finanz- und Innenministerium involviert. Dazu regelt das Verkehrsministerium alles rund um die Gamesförderung und scheitert am Thema digitale Infrastruktur. Und so ist das wirrwarr perfekt. Und ich habe noch nicht mal alles angesprochen. Beim Thema Jugendschutz und Lootboxen hat es ewig gedauert, bis es eine Regelung gab, um Kids vor irgendwelchen Geldfallen zu schützen. Deutsche E-Sport-Großveranstaltungen wie die WM in League of Legends Scheitern an Bayerischen Stadträten. Leute, come on, ganz ehrlich, haben wir denn nichts dazu gelernt? Also ich sehe tatsächlich den E-Sports als eine Leuchtturmfunktion unserer Industrie, wo wir wirklich nicht nur in Deutschland, sondern Europa, eventuell sogar weltweit, wirklich ganz vorne mitspielen können und uns nicht so abhängen lassen müssen wie im Bereich Spieleentwicklung. Beim Thema Gamesentwicklung und Förderung haben wir in Deutschland schon viel verpasst und verpennt. Beim E-Sport können wir mitgestalten. Dafür muss die Politik aber raffen, dass wir als Gaming-Szene ernst genommen werden müssen. Die da oben müssen raffen, dass hier die Strukturen anders sind als bei einer Genehmigung eines Autobahnabschnitts. Wenn ich einen Pink von 15 will, dann will ich den jetzt und nicht erst in drei Jahren. Vier der großen Parteien haben die Themen E-Sport und Gaming im Wahlprogramm stehen. Gibt es dann detailliert auf unserer Webseite. Also bitte nehmt das Thema ernst, sonst komme ich in euer Büro und mache... Party! Aber richtig Party. Auf die Art, ich habe durchgemacht und will jetzt den Uprank. Okay? Ich komme vorbei, Leute. Ich sage euch das.